Also fragte ich ihn, glaubst du, du kommst in den Himmel, weil du mit Drogen aufgehört hast? Aber ich habe Drogen nie genommen. So bekomme ich dann ein Ticket zum Himmel. Was sagst du? Wenn du also heroinabhängig wirst und dich dann davon abwendest, dann wirst du in den Himmel kommen, oder? Was ist mit denen, die nie angefangen haben, Heroin zu nehmen? Ich habe es satt, dass Leute herumgehen und mit ihrem Zeugnis angeben. Oh, ich habe so ein böses Leben geführt. Ich nahm Drogen und war ein Gangster und habe Leute erschossen. Aber jetzt bin ich gerettet. Oh, lass mich dich in meine Gemeinde einladen, sodass du ein Zeugnis geben kannst. Weißt du, ich bin mehr beendrückt von dem Typ, der nie Leute erschossen hat. Der dir nie Drogen genommen hat. Der dir auch nie mit Heroin angefangen hat. Und wenn das deine Vergangenheit ist, wenn du drogenabhängig warst und alle diese Dinge getan hast, dann preis den Herrn dafür. Aber prall dich damit herum. Denn weißt du was, das ist nicht das Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium von Jesus Christus handelt von Jesus, nicht von dir. Es geht nicht um dich. Oh, lass mich dir nur davon erzählen. Nein, Gott bekommt alle Ehre, aber lass mich dir sagen, wie ich von allen meinen Sünden umgekehrt habe. Nee, nee, nee. Ich möchte über das Kreuz erzählen. Ich möchte über Jesus erzählen, der am Kreuz stirbt. Und seine Begrabung und seine Auferstehung drei Tage später. Lass mich darüber sprechen, wie der einzige Grund, warum du in den Himmel kommst, Jesus ist und was er getan hat. Du bist gerettet, indem du an Jesus glaubst und nicht indem du dein Leben aufräumst. Nicht wegen einer Veränderung im Leben. Nicht wegen der Umkehr von Sünde. Übrigens gibt es Menschen, die ständig von Heroin absteigen und es hat nichts mit Jesus zu tun. Es heißt ein 12-Step-Programm. Es heißt Rehabilitation. Es heißt Erholung von Drogenmissbrauch. Manche Menschen haben diesen Lebensstil einfach satt und wenden sich davon ab. Aber das wird sie nicht in den Himmel bringen. Aber guck mal, zuerst musst du eine Menge schlimme Sünde tun, oder? So dass du dich davon abwenden kannst und ein gutes Zeugnis haben. Aber nein, weißt du was mein Zeugnis ist? Ich habe an Jesus geglaubt und ich bin gerettet. Oh, aber das ist nicht so aufregend. Hey, ich finde es sehr aufregend. Aber guck mal, das Problem ist, dass die Menschen die Erlösung anerkennen wollen. Sie sagen, dass sie jeden Tag daran arbeiten. Es ist eine persönliche Beziehung. Wenn Leute sagen, dass es bei der Erlösung meiner persönlichen Beziehung geht, ist Beziehung übrigens ein Wort, das in der Bibel nie gefunden wird. Wenn mir Leute davon erzählen, sage ich ihnen immer, ich habe eine Beziehung zu meiner Frau. Oder? Braucht es Werk, um eine gute Beziehung zu meiner Frau zu haben? Natürlich. Braucht es Werk, um eine gute Beziehung zu deinem Ehemann zu haben? Natürlich. Was passiert, wenn ich aufhöre, mich anzustrengen und eine wirklich schlechte Beziehung zu meiner Frau habe? Bin ich dann noch verheiratet? Was ist meine Frau und ich als tagelang ignorierten? Sind wir noch verheiratet? Natürlich ja. Aber es gibt keine Freude, es gibt keine Gemeinschaft. Nun, es ist dasselbe mit Jesus. Wenn du an Jesus glaubst, bist du doch gerettet. Aber wenn du eine gute Beziehung mit Jesus haben möchtest, wird dies viele Werke erfordern. Das wird Mühe kosten. Das wird eine tägliche Sache sein. Aber ob du es tust oder nicht, du bist immer noch gerettet, weil du an Jesus geglaubt hast. Dieser Status ändert sich nicht. Du bist wieder gezeugt. Du bist wieder geboren. Du bist ein Kind Gottes. Und wenn meine Kinder mir nicht gehorchten, haben wir dann eine gute Beziehung? Nein, sie werden diszipliniert sein. Aber sind sie immer noch meine Kinder? Liebe ich sie immer noch? Natürlich. Aber wenn meine Kinder sagten, Nun, um in diesem Haushalt zu bleiben, muss ich eine persönliche Beziehung zu meinem Vater haben. Äh, wie kann ich in diese Familie kommen? Wie werde ich ein anderes Kind? Wie geht es? Naja, du musst eine persönliche Beziehung zu meinem Papa haben. Und daran sollst du jeden Tag arbeiten. Wenn ich keine persönliche Beziehung zu meinem Papa habe, werde ich nicht mehr sein Sohn. Denk darüber nach. Das ist lächerlich. Wie kommst du in eine Familie? Du bist hineingeboren. Und wie bist du in Gottes Familie geboren? Durch Glauben, nicht durch Werke. Durch den Glauben an Jesus. Du bist in eine Familie hineingeboren und dann ist eine Beziehung optional. Aber wenn du keine Beziehung hast, wird dein Leben schlimm sein. Weil Gott dich bestraft und Gott dich richten wird. Wenn du eine gute Beziehung hast, wird es dir gut gehen. Gott wird dich segnen. Ich sage nicht, dass du keine Versuchungen und Schwierigkeiten durchmachen wirst. Die Bibel sagt, der Gerechte muss viel Böses erleiden. Aber aus allem rettet ihn der Herr. Und über ihn werdet ihr euch jubeln freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, wir haben Freude. Es gibt also einen Unterschied zwischen verheiratet zu sein und einer Beziehung zu meiner Frau zu haben. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Kind zu sein und einer Beziehung zu deinen Eltern zu haben. Es gibt einen Unterschied zwischen gerettet zu sein und einer Beziehung mit Jesus zu haben. Gerettet zu sein ist Glaube. Eine Beziehung mit Jesus zu haben ist Werke. Es ist tägliche Arbeit. Aber dieser Typ wollte nichts Negatives hören. Und es ist lustig, wie Leute einfach ihre Augen schließen und sagen, Oh, die Mormonen lieben Jesus. Wir haben gestern mit einem anderen Mann gesprochen, als wir zum Seelengewinn gegangen haben. Und er hat uns gesagt, ich war ein Jude und die Juden lieben den Herrn. Auch sie warten auf den Messias. Er sagte, sie lieben den Herrn. Sie warten auf den Messias. Sie glauben dem Alten Testament. Sie sind sehr gläubig. Also zeigte ich ihm, was Jesus sagte. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schrift nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Die Bibel hier ist sehr eindeutig. Wenn sie an Mose nicht glauben, glauben sie nicht an Jesus. Jesus sagte, wenn du Mose geglaubt hättest, hättest du an mich geglaubt. Er sagte, ich denke immer noch, dass sie an Mose glauben. Aber hier ist, was Jesus gesagt hat. Denn wenn ihr Mose geglaubt hättest, so würdet ihr auch mir glauben. Dann von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schrift nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Nein, ich denke immer noch, dass sie an Mose glauben. Er sagte, alle diese Lehre und die Angriffe auf andere Religionen. Wir sollten uns nur auf Jesus konzentrieren. Und das ist heute beliebt. Das klingt gut. Das sagen viele Leute. Oh, sprich einfach über Jesus. Sprich einfach über das Evangelium. Sag nicht bitte, dass die Juden nicht gerettet sind. Sie suchen auch nach dem Messias. Nein. Sie suchen nach dem Antichrist. Sie suchen den Teufel. Was meinst du, sie warten auf den Messias? Weißt du, warum sie auf den Messias warten? Weil sie den, den Gott ihnen gab, nicht mochten. Gott gab ihnen den Echten und sie mochten ihn nicht. Also warten sie auf jemand anderen. Naja, ich suche nach Gott. Wünschst du hier suchen? Nein. Ich suche hier irgendwo anders. Ich werde in die Kabbalah schauen. Ich werde im Talmud schauen. Es wundert mich nur, wenn Leute sagen, hey, kritisiere keine Konfession. Sag nicht, dass die Mormonen andere Götter verheeren. Sag nicht, dass die Leute verneigen und den großen Zeh des Papstes küssen. Sag nicht, dass die Mormonen an Menschen auf anderen Planeten glauben. Sag nicht, dass die Juden den Herrn Jesus Christus ablehnen und jedes Mal, wenn sie seinen Namen hören, dreimal auf den Boden spucken. Sag mir nichts Negatives. Ich will es nicht hören. Sag nicht, dass dieser langheilige Hyppie-Typ aus der Duck Dynasty nicht gerettet ist, weil er an die Taufe als Bedingung für Errettung glaubt. Er glaubt, dass du dein Heil verlieren kannst. Er glaubt, dass das Heil durch Werke geschieht. Sag mir das nicht. Ich möchte ihn nur auf meinen Facebook-Status setzen und darüber sprechen, was für ein großartiger Christ er ist. Es ist so wunderbar, dass sich jemand im Fernseher für Jesus einsetzt. Aber er ist der falsche Jesus, my friend. Denn die Kirche Christi ist eine falsche Religion, die dir sagt, dass du deine Errettung verdienen musst. Und in Zungen sprechen musst, um gerettet zu werden. Getauft werden, um gerettet zu werden. Guck mal, warum will niemand mehr die Wahrheit hören? Es ist egal, ob es positiv oder negativ ist. Es sei gelegen oder ungelegen, gut, böse. Hey, wenn es die Wahrheit ist, ist es die Wahrheit. Wenn ich falsch liege, möchte ich erfahren, dass ich falsch liege. Wenn ich recht habe, möchte ich erfahren, dass ich recht habe. Aber ich möchte nicht zu jemanden gehen, dem ihr sagt, dass ich recht habe, auch wenn ich falsch liege.